Als ich in eurem Alter war, da war ich wie besessen von Darwins Evolutionstheorie. Deckung! Glaubst du, ich würde der natürlichen Auslese nach Darwin standhalten? Aber Julien, wir leben hier nicht im Urwald. Die natürliche Auslese, die läuft bei den Menschen über die Kohle. Er hat mir gesagt, dass er mir für 500 Mäuse 1500 zurückgibt. Das macht 500 für jeden. Und was hat er dir gesagt, dieser Georgie, wie er es anstellt, dass aus 500 Mäusen 1500 werden? Ein Pyramidengeschäft. Was? Wie konntest du nur auf diesen Typen reinfallen? Jetzt fang ich schon wieder damit an. Ich hab dem nicht geglaubt. Ich kannte den ja nicht mal. Dir hab ich geglaubt. Check, check! Was? Dieser Lüg, der wird uns doch nicht gleich umbringen, oder? Du steckst doch öfter mal in der Scheiße. Hast du keinen Plan? Was kann der uns denn schon tun? Bestimmt hast du einen Plan.